Ja, hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz besonderes Video, ich bin mit dem Thies unterwegs, der steht gerade hinter der Kamera. Genau, wir fahren heute eine richtig geile Session, aber der Anlass zu dem Video ist, dass ich die 1000 Follower auf YouTube erreicht habe. Ja, und da wollte ich mich einfach mal bei jedem bedanken für den Support. Wir haben jetzt einfach eine richtig geile Zeit. Wetter ist gut, ist wieder Frühling. Ja, wird richtig fett. Wir fahren eine kleine Street Session, wir sind hier in Freutlingen. Genau, let's go. Ja, was ist der Plan jetzt? Ja, das ist der Plan. Ich würde mal erst mal sagen, da hoch, irgendwie umsetzen und halt, tapp runter und kannst ja was anderes fahren. Okay. Okay. So, was machst du? Also, ich glaube, ich gehe jetzt da up to front. Und dann machen wir einen schönen Stopping 180 und dann putsching mit Top runter. Perfekt. So, was ist der Plan? Oh, das war jetzt. So geiles Wetter. Das erste Mal wieder dieses Jahr, bis denn früher oder bis denn in den Warm fahren. Ich werde auch gleich das Pulli ausziehen, weil es viel zu warm ist. Nehmen wir, oder? Nehmen wir! Ich weiß nicht, ob man es noch zieht. Jawoll! Wir haben da gerade so einen Skinny gespottet. Ja, das können wir mal zeigen. Ziemlich scary, von der Seite gar nicht mehr so. Aber hier geht es schon ein bisschen runter. Da muss man sich mal wirklich gut gönnen. Das ist maximal Reifenbreite. Also testen wir mal. Müsste aber gehen. First try is over! Yes! So, wir nehmen einen kurzen Spotwechsel vor. Da drüben hat es nämlich noch etwas mehr in unserem Niveau. Niveau. Sagst du? Ja, Niveau. Der Fahrtbereich trifft das Ganze ganz gut. Wir gehen mal mehr über zum Trial jetzt. So, damit das Ganze jetzt noch ein bisschen Special wird, machen wir so ein Call the Shot. Also so eine Art Minigame of Bike. Genau, und ich glaube, du hast schon die erste Line für mich, oder? Genau. Da hinten einmal Stoppy 180 aufheben und dann so Stoppy Can-Can runter. Also Stoppy 180 Can-Can. Ach so. Habe ich noch nie gemacht, aber kann ich probieren. Okay, ja. Dann machen wir das, oder? Ich glaube, ich habe gerade mehr ein Knack-Knack mit einem Can-Can verwechselt. Lass mal die Zellen. Machen wir. Okay. Yes. Fürs erste Mal not bad. Okay, dann sagen wir, jeder hat drei Versuche, oder? Ja. Easy. Geil. Okay. Also, ich hätte jetzt gern, dass du auf den da drüber gehst, ganz normal. Back here, runter. Ja. Dann haben wir hier schon ein richtig schönes Gap für dich. So. Erster Try. Komm. Yes. Jawoll. On top. Jawoll. Ja. Okay. Sehr gut. First Try. Okay. Also, ich habe jetzt mal hier für den Tim die Line rausgesucht. Hier einmal einen schönen Up-to-Front hoch und dann hier auf das rote Teil geben. Was sagst du? Gut. Ich denke vielleicht gerade dran, dass ich quasi da einen Up-to-Front hoch mache. Und dann hier drauf und dann auf die Kante runter und direkt weiter. Kannst du auch machen. Gehst du auch? Dann machen wir es so, oder? Abfahrt. Sonst ist der Flow nicht so dabei. Ja. Ich habe das Rampolin nicht mehr gesehen. Aber yes, man. Also, ich habe jetzt eine Line, die ist echt technisch anspruchsvoll für dich. Du machst hier einen Up-to-Front hoch und dann von der da drüben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Dann machst du quasi das gleiche Gap wie ich gerade. Close von da oben. Was sagst du dazu? Sketchy. Also, drei Versuche. Ab jetzt. Boah, Ding. Ist das so gut, Alter. Jawoll. Das ist schon mal. Ab Ding, das ist schon weit. Ja. Ja. So. Zweiter Versuch. Boah. Ich will ja nicht Druck sagen, aber das ist jetzt dein letzter Try, ne? Danke, danke. Auf geht's. Ja. Ja, 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 ja. Stell dir. So. Jetzt. Komm. Push den. Den hast du. Oh mein. Jetzt shrink. Jawoll, ey. Auch. Ah, **** ey. Oh, nee. Hört sich doch schön an. Aber ey. Auf jeden Fall mal geschafft. Geil. Also, was ist jetzt dein Plan? Also, wir machen jetzt hier noch einen richtig schönen. Und ey, die Tiger-Tipp. Jawoll. Yes. Uh. So. Und ganz schnelles. Up to, äh, Front-Gap. Haben wir da auch. Ja. Oh, oh. Jo. 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 Und ganz schnelles. Up to Front-Gap. Ja. Ganz schnelles. Ganz schnelles. Much, much, much later. Ey. Ich kann dir einen Tipp geben. Vielleicht hilft eine 4-Kolben-Bremse. Ja. 4-Kolben wäre besser. Ja, ja. Yes. Stark, Junge. Yes. Geil. Es hat länger gebraucht, ist als erwartet. Tis, hast du ein Problem? Boah, ich glaube irgendwie nicht. Ich will gerade nicht fahren. Ja. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen Gesellschaft für das Video bekommen. Einmal der Julian. Und da haben wir noch den Tim. Äh, ja. Auch Tim. Und ich würde sagen, jeder haut da jetzt mal noch eine Line raus. Komm. Jawoll ey. Ja. 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 Richtig geil. Also, wir haben jetzt hier gerade den Alarm ausgelöst. Die sind da drin. Die sind abgehauen. Ja. Die sind da drin und kommen nicht mehr raus. Auf geht's. Jawoll. Ja. 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 Stark. Ich mache jetzt hier bei den Tollern oder keine Ahnung was es ist bei diesen Bänken. Äh, auch so ein 360 Nose Ding. Warum? From the to Manuf. Ja. 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 Danke. Geil. Danke. Ja. Okay. Julian hat jetzt auch noch eine Bänker Line vorbereitet hier. Ja. Ja, komm! Jawoll! Yes! Geil, Mann! Ja, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch! Geil! Danke, Mann! Ja, dann war's das mit dem 1K Special. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich wollte mich einfach generell nochmal dafür bedanken für die 1000 Abonnenten. Bedeutet mir wirklich viel, vielen, vielen Dank. Da wird viel Cooles kommen in der Zukunft. Und ja, vielen Dank für den Support. Und dann sehen wir's im nächsten Mal. Ciao, ciao!